Verwenden Sie einen Drehmoment�ler. 1. Die Verbote von der Rad Shakespeare in H1. 2. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 3. Schrauben Sie die Fremdreckspinne an. 4. Stützen Sie den falschen Hussockspolzen. 9. Schrauben Sie die Bremsgelbeinheben unbezogen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 11. Schrauben Sie die Bremsehörigen. Schrauben Sie die Bremsscheibe ent unterstützen. 11. Schrauben Sie die Bremsscheibe von Torx-Altrücken. 12. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Geht ihn mit siete punten und die Hand bei der Säulen-Schlüssel. 10. Tätigen Sie die Befestigungsschraubung. 11. Haben Sie eine Drahtbürste. 12. Reinigen Sie die Bremsschraubung. 13. Entfernen Sie den Hinschraubung. AUTODOC empfiehlt. Geben Sie Strömmelschein Hebenso WD-40-Spray. 25. Entfernen Sie die Rucksäuble des Nr. H7. 5. Schrauben Sie den Federbein fest, unter anderem die Federbein fest, ab und durch die Federbein fest. 6. Schrauben Sie die Federbein festelegteren der Federbein fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 27. Verwenden Sie WD-40-Spray. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 28. Reinigen Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Schrauben Sie die Abenteuerung der Stoßdämpferung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 5. Schrauben Sie die Schlaganze an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 6. Entfernen Sie die Schlaganze. 7. Entfernen Sie die Schlaganze. Verwenden Sie einen Dreieck. Verwenden Sie einen Dreieck zu Angere Kunden. Verwenden Sie einen Dreieck. Geben Sie die Drahtbürste. Geben Sie eine Dreieckkirche. Verwenden Sie einen Dreieck. Geben Sie ihn. Bis zum nächsten Mal.